Hello my friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und schon, ich glaube ich wusste, ja, okay. Heute machen wir mal wieder ein, wenn ich treffe, Video. Vielleicht kennt ihr das noch. Habe ich vor längerer Zeit schon mal gemacht. Ich muss mal kurz gucken, so stelle ich es mal hin. Und wir machen das heute noch mal. Weil mir ist langweilig, ich bin gerade am Meer mit meinem Baby. Wenn ich treffe, dann gehen wir jetzt ins Meer. Ich habe keine Badefamme dabei. Ups. Okay. Wenn ich treffe, dann... Oh, sie sieht mich ja, ob sie... Wenn ich treffe, dann... Gehen wir später, wenn ich Doppi weggebracht habe, zu Rossmann. Und ich kaufe meiner Mutter eine Überraschung. Warnung. Wenn ich treffe, dann gehen wir später Eis essen. Wenn ich treffe, dann sammle ich jetzt Muscheln. Wenn ich treffe, dann... Renne ich jetzt einfach so random los und gucke, was Doppi macht. Wenn mein Doppi schätzt. Wenn ich treffe, dann renne ich jetzt random los und schau, was Doppi macht. Wenn ich jetzt random los und schau, was Doppi macht. Ready? Hallo, wenn ich treffe... Hallo, wenn ich treffe... Oh, mein Schatz. Okay, das war Fanny. Okay, mein Hund, du bist vor der Kamera, mein Schatz. Paula. Schätzchen, du musst ja weggehen. Komm mal, geh. So, okay. Wenn ich treffe, dann... Wo ist eigentlich dein Spielzeug? Wenn ich treffe, dann suchen wir zusammen Doppi's Spielzeug. Und Doppi da, geh mal weiter. So. Dann suchen wir zusammen Doppi's Spielzeug. Mann. Wenn ich treffe, dann... Schrei ich jetzt so richtig random. Ups. Ähm, wenn ich treffe, dann schreibe ich meine Geschichte weiter. Es ist ein Buch, keine Geschichte. Ich sage immer Geschichte, aber es ist ein Buch. Ich schreibe eine Geschichte. Und ich bin echt schon weit gekommen. Wartet, ich kann es euch auch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen möchte, weil ich wahrscheinlich sehr viele Rechtschreibfehler mache. Weil ich nicht gut aufpasse, aber ich schreibe eine Geschichte. Ähm, wenn ich treffe, dann... Gehen wir zum Meer. Also da hin. Dann zeige ich euch das auch. Gehen wir zum Meer. Okay. Wenn ich treffe, dann... Kriegt Doppi später, wenn ich zu Rossmann gehe. Wenn ich zu Rossmann gehe, wenn ich treffe, ein Leckerli. Hallo, das ist aber gemein. Wie du kriegst... Was hast du eigentlich da... Was schleppst du? Fein, ja, du darfst es nehmen. Ist gut. Ja, fein. Nimm ich dir doch. So. Ähm. Doppi hat da was gefunden. Aber dann willst du ihn nicht mehr mitnehmen. Kannst du... Ja. Setz dich zu mir. Ähm. Wenn ich treffe, dann... Knutschig Doppi. Also so. Kuscheln. Ne? Hallo, das ist gemein. Wenn ich treffe, dann trinke ich jetzt ganz viel Wasser. Wenn ich treffe, dann... Gehen wir jetzt nach Hause. Oh. Oh mein Schatz. Wenn ich treffe, dann muss ich dieses Glas mit, ähm, Sand befüllen, weil das Glas eigentlich für Sand befüllbar Dings da war, weil meine Mutter das braucht. Später machen wir das zusammen. Na, ich mach das jetzt nochmal. Wenn ich treffe, sammeln wir jetzt Muscheln. Ah, wenn ich treffe, sammeln wir jetzt Muscheln. Und noch ein letztes Mal, wenn ich treffe, sammeln wir jetzt Muscheln. Wenn ich treffe, gibt's, ähm, ein Glow-Up-Video, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich dann wieder Schule hab. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht, ich seh nämlich gar nichts. Ich freu mich schon, solle das Video zu drehen. Ich bin auch immer grad am Meer, hat's ja grad aufgenommen. Und ich freu mich so, dann das Video zu drehen, das könnt ihr mir gar nicht glauben, wenn ich wieder zu Hause bin. Ah, das wird so cool. Hey. Wenn ich treffe, dann müsst ihr abonnieren. Dann müsst ihr abonnieren. Ich krieg die Krüße mit mir. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht, ich seh nämlich gar nichts. Ich muss das Ganze wieder gleich mal durchschauen oder später durchschauen. Ähm, wenn ich treffe, dann mach ich jetzt so. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Oh, Bibi, du darfst dich da jetzt nicht hinstehen. Ich muss jetzt hier hin. Dobby, komm her, komm mal mit. Komm hierher. So. Okay. Das ist voll schwer hier. Bibi, du darfst da nicht hin, Schätzchen. Mäuschen. Weg, 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 weg. Hier jetzt aber. Das passt. Das ist ein solider Handstand. Und wenn ich treffe, dann muss ich euch eine Seite von meiner Geschichte vorlesen. Gut, die sehen wir noch nicht so gut. Oder von meinem Buch, ne? Wenn ich treffe, dann sag ich meinen Namen. Sorry, Leute. Wenn ich treffe, dann werde ich dir ein paar Kanäle zeigen, die ihr euch unterstützen könnt. Nochmal. Ja. Hier. Bitteschön. Ihr könnt mal da hingehen und ein paar nette Sachen da lachen. Likes. Kommentare. Abonnieren. Viel Spaß euch. Wenn ich treffe, dann zeige ich euch jetzt einfach so ein bisschen näher. Dann nicht. So. Aber ihr hört es wahrscheinlich. Hoppala. So. Okay. Wenn ich treffe, dann... rolle ich hier jetzt einfach so runter. Und mal sehen, was Dobby macht. Oh. Gut. Wenn ich treffe, dann... rufe ich jetzt meine Oma an. Rufe ich jetzt meine Oma an. Junge! Rufe ich, äh... gleich meine Oma an, wenn das Video zu Ende ist. Mach ich. So. Wenn ich treffe, gibt es jetzt ein Dobby-Photoshooting. Manu. Die bewegt sich ja die ganze Zeit so. Ähm... Wenn ich treffe, dann... Was soll ich denn noch fragen? Dann baue ich jetzt eine Sandburg. Oh, gut. Oh, okay. Wenn ich treffe, dann... Sammel ich Muscheln. Wenn ich treffe, dann ist das Video vorbei. Sehr gut. Wenn ich treffe, dann zeige ich mich. Ups. Sorry, Leute. Wenn ich treffe, dann... ...muss ich euch ein... ...ähm... ...eine Seite von meinem Buch Dobby... Warte kurz. Wir müssen kurz gucken, was Dobby möchte. Bin gleich wieder da. Wenn ich treffe, dann spiele ich jetzt mit Dobby. Mein kleiner Hund. Was hast du denn da gefunden? Ein Spielzeug. Unser Spielzeug. Und da werden... Ich war die Zeit. Und da ollut das.